ja willkommen mein name ist an die rd und begrüße euch zurück zur let's play dragon ball 10 over 2 ich begrüße euch ausnahmsweise mal hier im anmeldungs bildschirm weil ja wenn was komisches passiert übrigens ich trage eine andere rüstung dazu später mehr also ich ausgehen hier so ein bisschen wie er meister hoch trainiert habt wagen was gesammelt habe und so ist was passiert und zwar ich glaube dieser schiff hat content city angegriffen da ich natürlich nicht irgendwie so weiß ich nicht erfahrungen sammeln will was in diesem spiel passiert ohne euch habe ich direkt spiel beendet also ps-taste spiel beendet anwendung schließen und so gemacht und jetzt weiß ich nicht ob jetzt immer noch das schiff jetzt da ist ich habe mir auch nicht die cutscene oder so angeguckt weil ich hoffe dass wenn ich hier die anmeldung geschlossen hat statt nie passiert ist dann aber werde ich halt sehen ein bisschen unpraktisch gewesen wahrscheinlich ist jetzt irgendwie friezer schiff hier am rumfliegen und ich weiß nicht was los ist weil ich die katze mit gedrückt habe also ein bisschen doof muss ich mal gucken ich wollte ehrlich gesagt die story heute weitermachen und ja ich weiß jetzt nicht was passiert auf der overworld sag ich mal jetzt war ich gefällt könnt ihr meinen lag ein kommentar ein abo oder sonst irgendwas hinterlassen um den kanal weiter zu helfen das wäre sehr schön von euch musik hört sich normal an also weil ich dachte dass irgendwie die verbindung wurde getrennt oder so weil das passiert dann manchmal bildschirm mit so schwarz und so und ja dann kann man finden wieso da kann sie irgendwie so ein raumschiff ist durch ein zeitportal oder so geflogen irgendwie sowas und dann kam frisa nehme ich an also hat sich jetzt hier irgendwas geändert nehme ich mal es ist alles direkt glaube ich nach einer parallel quest passiert also ja keine ahnung gut machen wir weiter ja ich trage eine silberne glitzernde rüstung ausgehen habe ich so ein paar veränderungen gemacht und zwar habe ich einmal ein level ab glaube ich erreicht dann habe ich zweimal die dragonmots gesammelt ich würde name explosion spielen und dragonmots zusammen das geht viel viel schneller als hier in der 8.000 hat auch hier der h hat auch eine selber der rüstung an muss man direkt neben posen wo bin ich jetzt stehen geblieben ich habe die drücken war zweimal bei name explosion bekommen und ja das ist das geht viel schneller als ich habe mal im internet nach wo man am besten dragonmots sammeln kann und da wird immer die vierte mission die ja angezeigt also weil ich vorbereitung für angriff des agents irgendwie sowas und ja die habe ich immer gemacht und ja das problem ist allerdings man muss erst grillin tension an und am schuh erledigen dann tauchen so zeit soldaten auf ich tue mal nebenbei so sachen einsam und so ne und ja wenn man die besiegt hat tauchen zeit soldaten auf und die haben in der regel immer so weise nicht sind irgendwie so level 80 und da finde ich ist ein bisschen extrem und ja da habe ich mir gedacht ich mache das wie im ersten teil und sammeln bei name explosion ist ja die exakt gleiche mission wie damals die dragon ball zwar da muss man nur gegen freezer kämpfen und dann tauchen drei zeit soldaten auch und ich habe das gefühl die chance hat man dann wenn man bekommt ist viel viel höher ich habe sogar einmal in einem band zwei dreiden muss auf einmal bekommen ich habe ganz großartig überhaupt geht und ja das geht viel schnell ich habe mich mal eine stunde gebrauchen alle sieben dragon ball zusammen sondern habe ich zwei wünsche geäußert und zwar einmal habe ich mir diese super geile rüstung jetzt zugelegt und ja und zwar an ich finde die effekte von dem teil sind richtig gut wir tun nämlich alles erhöhen ein bisschen bis auf schlag super angriff wird die senken das ist ehrlich gesagt perfekt weil genau so spiele ich nämlich schlag super angriff brauche ich nicht und alles andere wird nicht schlecht sondern da steht auch gerüchten zuvor gibt es auch eine goldene kampf um die form und es gab irgendwie zwei wünsche wo man sich das muss gleich mal ändern wo ich ja mir was wünschen konnte so kleidungsmäßig und ich nehme an dass dann die goldene rüstungen oder so oder ich nehme jetzt mal an die werkgold weil ich habe eine silberne rüstung also man stand da da komme ich jetzt darauf ja doch goldene russin wurde schon sagen habe ich mich mal gespoilert oder irgendwie sowas was habe ich hier noch mal versteckt alle angriffe ja das hatte ich doch oder was ja aber so gut wie die auch ist ich möchte wieder meine klassische klamotte haben ich weiß ist ein bisschen eintönig im ersten teil war ein bisschen also nicht besser ich muss mich hier als zeitsoldat geben und ja bei dem ersten teil habe ich da ein bisschen mehr dinge zeigen gepackt ist mehr so da oben vielfältigkeit reingemacht aber da habe ich glaube ich irgendwie jede sache irgendwie anders an gebraucht soll es wüsste ding immer so wie neutral reicht auch mein bieter da das ist der erste wunsch nicht geäußert habe der zweite war ich möchte neu anfangen oder irgendwie sowas ist glaube ich damit konnte man sich die punkte noch mal neu verteilen und das habe ich jetzt mal gemacht ich habe folgendes gemacht ich habe grundangriff auf maximum gemacht 125 mit der hilfe des oberhältsten weil grundangriff am meisten in dem spiel und die explosion zu bank dafür weil warum nicht da habe ich null hier habe ich nur ich habe irgendwie gegoogelt und man bekommt alle 42 punkte einen balken bei q oder ausdauer also habe ich zweimal hier 42 reingepackt also 84 und dann habe ich zwei ausdauer arbeiten dazu bekommen maximales kirch von der tier aus 5 das reicht immer noch um ich mit dreifachen super zeichen zwar wandeln was ich sowieso nicht oft mache und ja ein hab ich sogar noch übrig weiß nicht was ich mit den allerrestlichen hier machen werde die 56 punkte die ich noch bekomme ich bin also 81 und ja wahrscheinlich gehen ihnen leben oder so ein bei keywords dann nicht mehr bringen oder so und ja soviel dazu haben wir genug erklärt jetzt kann man ein bisschen in der story weitermachen der messer satans haus habe ich glaube ich eine mission weiter gemacht weil da passiert ja auch nichts anderes sagt einfach nur ja ist meine quest erledigt gut hier hast du geld hier kommt bekommst du eine neue ja ich muss wieder zehn parallel quest waren ich habe schon die hälfte irgendwie so was und ja machen wir erstmal weiter das soll ich weiß gar nicht wo es hier weiter geht jetzt wir haben noch alles jetzt gemacht ja okay auf eine lange erklärung jetzt geht es weiter das war eine ziemlich breinzlige situation setzen sich bevor das zu unbeschadet rauskommen ist möchte auf eine zeitpatrouille gehen ja klar bin dann gehen wir rüber zur zeitkammer jetzt wahrscheinlich hier so mir und so war alles weiter da war mir ja bist du rüber so sagen es geht los ok das war ich nicht ich muss jetzt trinken ich weiß nicht warum einheit jetzt schon so weh tut aber nichts vorher aufgenommen oder so was eigentlich mit dabei da kommt nicht hier vor aber nur erwähnt ein bisschen blöd gemacht ja ich hatte jetzt schon wieder abhauen am ende ich bin auch hier was oder man sich dann muss bestimmt gegen den kämpfen irgendwann hat er auch geil so recht schnell in dem spiel vor gut so eine story im ersten tag kann das ja auch vor aber das war so dlc ja das kann man auch nicht in dem spiel vor übrigens drei monate trainiert der im raum von ganz und zeit trainieren würde wenn alles ich habe meine punkte neu verteilt und ich finde keinen unterschiede ich gesagt ich habe meine punkte neu verteilt und dann war alles auf null dann bin ich in einen kampf reingegangen um zu gucken wie viel abzieht dann bin ich noch mal in den kampf eingang nachdem ich alle punkte in grund angefangen gepackt habe und mir kommt irgendwie nicht so vor als würde ich mehr abziehen also ja wie sagen wir sind ja noch mal eine bestimmte menge okay sehr geil wenn man super territorium aber eigentlich ja nicht da war ja erst ein film hallo so wurden in seinen trainings und jaco tension an den neuen klamotten sehr cool jetzt muss man meine werte an ich habe nur noch fünf balken und wo einer von diesen vier salaten tut immer verdammt noch mal machen jaco war auch vorbesteller ich hatte ihn schon von anfang an ich habe die delipze edition von 10 over 2 ich glaube der gesamte season pass drin ist und zwei dlc charaktere also jaco und den ganz goko black wieso haben sie nicht verliehen mit haaren reingepackt ehrlich ich sehe jetzt bei denen viel abwarten sind auch nur soldaten ja wie gesagt ich habe meine punkte neu verteilt dann war ja alles auf null damit ich in den kampf reingang ich glaube namen explosion und wieder neu zu sammeln und ja so da bin ich noch mal in den kampf reingegangen nachdem ich alle meine punkte im grund angeweigen gepackt habe und ich habe nicht so das gefühl dass es sehr viel mehr unterschied gemacht hat ich habe nur jogger auf meine seite merkt ich habe ja ich bin natürlich auf ausdauer aufgang damit ich mich weiter hier aus ich teleportieren kann und so das ist ja sehr viel wichtiger in dem spiel und nicht so weit hier machen kann oder soweit rechtlich wahrscheinlich noch hier ein paar als andere wird keinen sinn mehr machen ich komme neben neben mehr darauf irgendwie ein keybalken oder einen auszuarbeiten zu bekommen wie gesagt aber mal 42 punkte für und ja gesundheit macht da am meisten sind aber noch mehr als nur zwei da für diese anzeigte ich brauche wenn ich kaputt haben kann ja ich habe mich überzeugt weil sie sich verarschen natürlich wirklich bis noch in einer basis weil es da ist ja auch schon unglaublich stark aber trotzdem ich stehe überhaupt nicht warum die überhaupt form haben die ganze zeit in der feine vor mir umlaufen die form fehlt mir wahrscheinlich noch als kostüm und mir fehlt die ganze zeit noch ich habe irgendwie drei kostüme von dieser erste form die erste und dritte habe ich schon die zweite fehlt mir noch und da ist wahrscheinlich besser wird dieser mir fehlt ja da ich ja nichts in hp jetzt natürlich habe ich bekomme ich sehr viel mehr schaden und alles ein bisschen unfair weil ich kann ihnen nichts abziehen und ich muss hier die ganze zeit jetzt warten bis dieser dialog fertig ist wenn ich mir sind also ich bin schon fast auf maximale sehr viel besser werde ich nicht mehr abschneiden also wir haben ganz schön hohe voraussetzungen goldfrieser rache des erzbeins die beiden habe ich auch noch nicht super saiyajin blue sehr geil super saiyajin super saiyajin heißt dazu war er naja ich erinnere mich muss ich aufgehen dieser kämpfen wenn wir auch in super saiyajin blue verwandeln das haben wir schon angefangen dann komme ich mal näher an ich hoffe ich bin wo das was 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 mein gott geht also was eigentlich im büro mein was für ein troppier wenn meine blaue polk vergessen es gibt eine weitere version von intention handel das ist auch nicht schlecht vergiftet da ist ja noch wie ich von euch voller für frisse bekommen habe mir voll genervt ich kann doch du rennst die ganze weg und haben wir nicht mehr kommen du hast du voll auf mich zu was da war ein web was er hat auch was ich habe nicht mehr so viel ab ich freue ich kann jetzt mal aus wenn ich treffen würde ich habe gerade geblockt ja schon immer gefragt war metall freezer stärker als volle power freezer gleich frage natürlich auch bei cooler metall cooler weil es ein bisschen ungeklärt natürlich unnötig hier der gotter zerstörung und seinen meister ob wir einfach so rum und essen einfach neu ich finde deren rolle in drängen war super irgendwie voll sinnlos das ist ganz laufen die ganze zeit für die starken typen rum aber sie halten sich aus allen raus weil sie halt nichts damit zu tun haben ein bisschen blöd hat die einfach so ja die ganze zeit der story dabei sind aber irgendwie nichts machen ich finde irgendwie dämlich gemacht man hätten frise einfach nur weg schnippen können und der wäre weg aber nein jetzt wird zum buch erschossen ich habe weiter gedruckt da sind wir noch irgendwie weiter gehen verdammt das hat frise erden luft gejagt da kam es unter die zeit zurück gespielt auch schon wieder so weil wenn ich finde irgendwie dämlich oder sind sie ja und da hätte sich so einfach weg teleportieren können ja 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 Ja, das ist mir nicht so, dass es eine Frau von Oa ist, die Frau von Oa ist. Oa hat sich mit der Zeit von Oa verabschiedet, und die Vils-Sama-Tasche zu verabschieden. Er hat sich mit der Zeit von Oa verabschiedet, oder so verabschiedet. In der heutigen Geschichte, als die Erde erbaut, Wiss-San hat die Zeit zurückgebracht. aber auch verleihend alle sind tot Ja, ich weiß nicht, dass ich die Verkaufsdeckung verabschiede. Wie ist das, was die Frau von Tora zu sagen? Wie ist das, was ich verabschiedet? Es ist egal, dass ich mich nicht in der Lage bin. Oh, aber ich weiß nicht, dass sie die Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob ich es wiederholfen kann. Wiss! Ja, ich verstehe. denn wir gehen ja es gibt ja zwei verschiedene zukunft einmal von schwang ist und einmal von ich kann in der luft aber ich kann sich die welt machen okay ich war mal zwangs zukunft und dann einmal die richtige also drücken war super zukunft mittlerweile das heißt egal was wir jetzt hier machen es wird die geschichte wurde verändert das heißt ja es wird immer noch einige universen geben wo die geschichte verändert bleibt da muss ich mir einen tag retten egal was wir also machen es wird immer irgendwo ein universum geben wo die sachen immer noch verändert sind also wenn wir so nach der logik gehen also gibt es eine multiverse theorie das alles was wir machen ist eigentlich vergebens relativ gründlich hier über das goldfrieser ich habe es geschafft ja ich die alles könnte oder ist schon dahin ja ich kann nicht mehr drauf weil ich nicht von hinten nehmen kann durfte ich kann man schon cool als mein freund so hochwert dieser da tut mir leid dass ich die ganze zeit über die dialoge mag aber ich kenne die story von drogen oder so ihr könnt ja lesen also genau das meine ich ja sie sind einfach nur wie nennt man als ich verstehe der ist ein gott und der kann sich dann nicht einfach so einmischen also war aber trotzdem ich finde das dämlich gemacht nein daneben auf sehr gut wir haben eigentlich gar keinen grund irgendwie in der story und so da zu sein jetzt bin ich doof ob jetzt da sind wir nicht da macht kein unterschied ist einfach nur um da und zu fressen ich finde das nervig gemacht wir hätten noch gar nicht auftauchen ja wir sind da gewesen um die zeit zurück zu drehen und so ich weiß aber trotzdem wenn aber auf den aufsteht steht hier ist doch doch mal jemand den wenn du sie von hinten anschleicht was ja gut geschafft da war es jetzt die weiß warum schneide ich so schnell ab was sollen hat weil wenn ich das jetzt nicht schaffen welche auf maximale will auch nicht schaffen was sollen hat da ist auch so eine sache sind wir jetzt mal eine andere zeitlinie muss ja aber sonst würden wir uns ja nicht kennen ich glaube ihr braucht meine hilfe an dauernd ok das war schön und man hat auch glaube ich nehme ich an ich glaube nicht dass da noch mehr kommt nächste war ja irgendwie das ding ins art das turnier arg war hit war ja ein charakter den man sich bringen bots wünschen konnte also ich nicht an hat der in der story so vorkommt und auf kreis das ist eine größte sorge im moment das ist eine größte sorge das ist eine größte sorge weg ich möchte nicht sterben ich möchte noch nichts zerstören ich möchte erschaffen ok welche partei als bänden ok ich lass mal den ort hier noch nicht vielleicht tut der freezer schiff wieder auftauchen oder irgendwie sowas weiter gar nicht ich bleibe mal hier jedenfalls und dann fangen wir im nächsten part wieder an irgendwelche anderen sachen zu machen da geht es nämlich an weiterer story mit sich jetzt da weiter das hast du noch irgendwas ich kann nicht springen ich kann ja kein ding zu rufen kann gerade hier sind neue sachen aufgetaucht blaue quest events und so und ja ich glaube die machen wir als nächstes gut aber ich kann euch sagen ich werde in dem part hier müssen wir uns dann in der nächsten folge von let's play wangbox hin oder zwei wir sind neu ich bedanke mich alle zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge und so